Also, zwei Optionen. Ihr haltet euch an meine Regeln oder ihr haltet euch an meine Regeln. Kapiert? Danke. Ich kann es auch anders anlegen. Nein, nein, schon in Ordnung. Danke vielmals. Danke. Sie sind gefeuert. Es ist auf Weihnachten. Ja, ich habe die Dekoration gesehen. Viel Glück im neuen Jahr. Ich habe sie gerade spielen gehört. Ich wollte... Schon seltsam, dass wir uns dauernd über den Weg laufen. Hat vielleicht was zu bedeuten. Bezweifle ich. Oder auch nicht. Du könntest deine eigenen Rollen schreiben. Etwas schreiben, das genauso interessant ist wie du. Was willst du denn tun? Ich eröffne einen eigenen Club. Läuft das jetzt jedes Mal so ab? Ich denke schon. Wie willst du ein Revolutionär sein, wenn du so an den Traditionen hängst? Du klammerst dich an die Vergangenheit. Aber im Jazz geht es um die Zukunft. Vielleicht bin ich ja nicht gut genug. Du doch bist du. Nein, vielleicht bin ich das nicht. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Das ist der Traum. Das Ganze ist also Konflikt. Es ist Kompromiss. Das ist wirklich echt aufregend. Das Ganze ist auch die Vergangenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017